Ich gehe in die zweite HALT und bin schon fünf Wochen da im Praktikum für die zehn Wochen, die ich insgesamt machen muss. Im Unterschied zu der Schule, man muss alles brutal viel machen und man hat schon ein bisschen Zeitdruck. Bisher gefällt es mir eigentlich total gut, also es ist total abwechslungsreich und macht voll Spaß. Dann sind welche dabei, die saumotiviert sind und kochenwind. Dann sind welche dabei, wo der Koch halt nicht so ihre Dinge ist, wo ihnen dann auch in den Servicebereich oder ins Hotelmanagement geht. Aber sonst muss ich sagen, kriegen sie von der Schule voll viel mit. Es macht gleich alles Spaß mit dem Zimmer, jetzt zum Touren, was zum Zorgau mit dem Zimmer schaffen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020